Ein Hüterbub steht entspannt auf dem kleinen Hügel. Er ist in starker Untersicht aufgefasst, der Horizont liegt weit unter ihm. In dieser lichtdurchfluteten Atmosphäre verkörpert er räumliche und zeitliche Ungebundenheit. Dieses Bild entstand in Aresing bei Schrobenhausen, nördlich von München, wo Lehnbach seit seiner Jugend regelmäßig malte. Lehnbach entwickelte hier auf der Basis seiner akademischen Ausbildung und seiner Seherfahrung in der freien Natur unkonventionell wirkende Freilichtstudien. Er malte damals eine ganze Reihe dieser Hüterbuben im Freien. Überraschenderweise haben sie ihren Ursprung in Italien. Im Sommer 1858 hatte Lehnbach an einer Studienreise nach Rom teilgenommen. Er begleitete seinen Professor an der Münchner Kunstakademie, den berühmten Historienmaler Karl von Piloti. In Rom studierte Lehnbach nicht nur antike Monumente, sondern geriet nach eigenen Worten in eine Art Sonnenfanatismus. Das helle Licht begeisterte den Freilichtmaler. Er entwarf ein Gemälde des Titusbogens am Ostrand des Forum Romanum, durch das Kampagnolen mit ihren Tieren ziehen. Eine Studie des Titusbogens ist im nächsten Raum ausgestellt. Das ausgeführte Gemälde befindet sich heute in Budapest. Nach seiner Rückkehr aus Italien nahm Lehnbach für die Ausführung jener italienischen Staffagefiguren bayerische Bauern als Modelle. Daraus entwickelte sich eine ganze Serie, die wegen der intensiven Wahrnehmung impressionistischer Lichteffekte einen besonderen Platz in Lehnbachs Werk einnimmt. Beobacht hat sich an, wenn man sich anschaut, dass die Ausführung des Wortes in Lehnbachs die Kampagne stark in Lehnbachs und die Einheit bracht, die Kampagne beschremen in Lehnbachs